In diesem Video geht es um Prince. Ich erkläre dir die wichtigsten Fakten von der Kindheit bis zu den größten Erfolgen sowie die bekanntesten Songs. Prince Rogers Nelson wurde am 7. Juni 1958 in Minneapolis, Minnesota geboren. Seine Eltern waren Musiker und förderten seine musikalischen Fähigkeiten von klein auf. Schon als Kind lernte Prince mehrere Instrumente spielen und zeigte ein außergewöhnliches Talent. In seiner Jugend gründete Prince seine erste Band namens Grand Central. Die Band trat auf verschiedenen Veranstaltungen auf und war besonders in der lokalen Szene bekannt. Mit 18 Jahren unterschrieb Prince seinen ersten Plattenvertrag und veröffentlichte sein Debütalbum For You. Im Jahr 1982 veröffentlichte Prince das Album 1999, das ihn zum internationalen Superstar machte. Besonders bekannt wurde der Titelsong des Albums, der sich gut verkaufte und in den Charts hohe Platzierungen erreichte. Dieses Album war ein entscheidender Punkt in Princes Karriere und brachte ihm große Bekanntheit. Prinz war bekannt für seine vielseitigen musikalischen Fähigkeiten. Er war nicht nur Sänger, sondern auch ein talentierter Songwriter, Multi-Instrumentalist und Produzent. Seine Musik kombinierte Elemente aus verschiedenen Genres wie Funk, Rock, R'n'B und Pop. Mit seiner Band The Revolution schaffte Prince in den 1980er Jahren weitere große Erfolge. Zusammen veröffentlichten sie das Album Purple Rain, das auch als Soundtrack für den gleichnamigen Film diente. Dieses Album wurde ein riesiger Erfolg und gewann mehrere Auszeichnungen. Neben seiner Musikkarriere war Prinz auch als Schauspieler tätig. Im Film Purple Rain spielte er die Hauptrolle und der Film wurde ein großer Erfolg. Der Film half dabei, die Musik von Prinz einem noch breiteren Publikum bekannt zu machen. In den späteren Jahren seiner Karriere experimentierte Prinz weiterhin mit verschiedenen Musikstilen. Er veröffentlichte Alben in schneller Folge und trat weltweit auf. Obwohl er nicht mehr den gleichen kommerziellen Erfolg wie in den 1980er Jahren hatte, blieb er eine einflussreiche Figur in der Musikindustrie. Prinz hat die Musikwelt in vielerlei Hinsicht beeinflusst. Seine innovative Art, Musik zu machen und zu präsentieren, hat viele nachfolgende Künstler inspiriert. Er hat mehrere Auszeichnungen erhalten und wird oft als einer der größten Musiker aller Zeiten angesehen. Prinz starb am 21. April 2016 in seinem Anwesen in Minnesota. Sein plötzlicher Tod schockierte die Welt, aber sein Vermächtnis lebt in seiner Musik und in den vielen Künstlern, die er inspiriert hat, weiter. Auch nach seinem Tod werden seine Alben weiterhin gekauft und seine Musik gehört. Untertitelung des ZDF, 2020